Berlin, die deutsche Hauptstadt. Politisches, kulturelles und innovatives Herz im Zentrum Europas. Sitz von Unternehmen, Verbänden und Entscheidungsträgern aus aller Welt. Und natürlich sind ja auch zahlreiche internationale Banken präsent und bewerben sich um Vermögensverwaltungsaufträge. Aber Berlin ist auch ein Ort mit anspruchsvollen Vermögensinhabern, die sich mit Mittelmaß- und Hochglanzbroschüren nicht zufrieden geben. Am Kurfürstendamm und im historischen Gebäude der ehemaligen chinesischen Botschaft ist die BPM, Berlin Portfolio Management GmbH, zu Hause. Hier betreut das Team der BPM die Vermögenswerte ihrer deutschen und internationalen Mandanten. Kaum ein Telefon klingelt, von Börsenhektik ist hier nichts zu spüren. Man hat eher das Gefühl, in eine spezialisierte Rechtsanwalts- oder Steuerberaterkanzler einzutreten. Nur der bunte Bloomberg-Monitor weist darauf hin, dass hier Wertpapierspezialisten konzentriert arbeiten. Ich begrüße Sie recht herzlich in den Geschäftsräumen der BPM Berlin Portfolio Management. Unsere Mitarbeiter kümmern sich hier verantwortungsvoll um das Vermögen der Kunden. Dabei ist es nicht von Belang, ob es sich um private Verwaltungsmandate oder um von uns beratende Publikumsfonds handelt. Wir sind uns stets bewusst, dass Vertrauen immer nur geborgt ist und nie geschenkt. Und das bestimmt unser Handeln. Tag ein, Tag aus. In feinster Handwerksmanier feilen die BPM-Spezialisten an individuellen Lösungen. Der Unterschied zu Wettbewerbern liegt dabei offensichtlich in feinen Details. Die herausragenden Ergebnisse der BPM haben wohl auch darin ihre Begründung. Herr Marzahn, womit beschäftigen Sie sich gerade? Ich arbeite gerade an einer Umsetzung einer Kundenstruktur und suche dazu nach interessanten Anleihen an den weltweiten Rentenmärkten. Diese werden dann Bestandteil der individuellen Depotstruktur des Kunden. Und hierzu nutzen wir technische Systeme, die in der Regel Bankverkäufern nicht zur Verfügung stehen. Gibt es Erfolge, auf die Sie besonders stolz sind? Ja, die gibt es. Dass sich von uns beratende Fonds in den Ranglisten häufig vor den bekannten deutschen und französischen Adressen platzieren, das macht mich schon stolz. Außerdem fragen Banken und Versicherungen aus dem Ausland gezielt unser Know-how und unsere Expertise an. Wenn Sie sich für bankenunabhängige Vermögensverwaltung interessieren, hören Sie sich ja oft, was und wie ein Verwalter etwas macht und wie perfekt das alles funktioniert. Ich möchte Ihnen viel lieber sagen, warum wir etwas tun. Wir haben die Vision, dass vermögende Privatanleger wie Sie einen Anspruch haben auf exzellenten Service und professionelle Betreuung. Das verstehen immer mehr Anleger immer besser und suchen gezielt nach Alternativen. Es macht einfach Sinn, nicht dem Bankverkäufer die Macht über das eigene Wertpapierportfolio zu überlassen, sondern einen eigenen Spezialisten zu engagieren. Dafür stehen wir ein. Die BPM Berlin Portfolio Management, ein ungewöhnlicher Vermögensverwalter in einer ungewöhnlichen Stadt. Top Spezialisten ganz in ihren Diensten. Wenn sich die Überzeugungen der BPM mit ihren Erwartungen decken, nutzen Sie die Chance eines ersten Gesprächs. Man freut sich hier auf Sie. Getreu dem Unternehmensmotto. Sie dürfen mehr erwarten. BPM Berlin Portfolio Management Mehr Ange1 www.g confi.com. SWR 2022 WDR 2021 Risik